Wussten Sie, dass es ein System gibt, mit dem wir Ihre Wasserzähler ablesen können, ohne dass wir dafür Ihre Wohnung betreten müssen? Wie es funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Clip. Moderne Wasserzähler sind für die Aufnahme eines Funkmoduls konzipiert. Dieses kann jederzeit sehr einfach aufgesteckt und somit auf Funk umgerüstet werden. Ältere Wasserzähler sind möglicherweise noch nicht für die Aufnahme eines Funkmoduls konzipiert. In diesem Fall muss der Wasserzähler ausgetauscht werden. Der Austausch eines Wasserzählers auf ein System, das ein Funkmodul aufnehmen kann, ist einfach und schnell erledigt. Der neue Wasserzähler ist montiert. Jetzt kann das Funkmodul aufgesteckt werden. Das Funkmodul hat für den Mieter und auch für den Eigentümer viele Vorteile. Der Bewohner braucht zur Ablesung nicht mehr zu Hause zu sein. Das Display des Wasserzählers bleibt weiterhin sichtbar und kann auch kontrolliert werden. Der abgerechnete Wert wird im Funkmodul gespeichert und kann auch nachträglich noch kontrolliert werden. Es gibt übrigens keine Belastung durch Funkwellen unserer Funkaufsatzmodule für die Wasserzähler. Die Sendeleistung beträgt nur 1 Millewatt und das nur für 0,03 Sekunden. Im Vergleich, ein typisches Handy hat eine Sendeleistung von 1000 bis zu 2000 Millewatt. Eine Gesundheitsgefährdung durch die Funkwellen der Funkaufsatzmodule ist daher absolut ausgeschlossen. Übrigens, im Video Heizkostenverteiler, so müssen wir zur Ablesung nicht in Ihre Wohnung, zeigen wir Ihnen, wie einfach herkömmliche Heizkostenverteiler auf elektronische mit Funk umgerüstet werden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017